Hi zusammen, heute geht es um das Thema die Schulterposition im Ansprechen. Immer wieder kann ich sehen, dass manche tatsächlich vergessen, dass die rechte Hand weiter unten ist, also für uns Rechtshänder, für die Linkshänder ist natürlich die linke Hand weiter unten, als die obere Hand, also sprich die linke Hand. Was passiert? Die Schulter hat einen gewissen Tilt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal mit einem kurzen Eisen. Da fällt es den wenigsten auf. Wenn ich direkt über dem Ball stehe, haben viele die Schultern gleich auf, sprich auf einer Ebene, was aber eigentlich gar nicht richtig sein kann, weil die rechte Hand ja tatsächlich weiter unten ist. Also was ich damit sagen möchte ist, dass die rechte Schulter auch wirklich nach unten gehen sollte. Ihr habt ja das Video von mir mit dem rechten Ellbogen zum Speck. Der linke Arm ist gestreckt und der rechte Arm ist eigentlich eher am Körper. Was dann auch passiert, dass die rechte Hand oder dass die rechte Schulter weiter unten ist. Wenn ihr jetzt von hinten schaut, seht ihr auch im Ansprechen, dass der linke Arm, den seht ihr, der rechte Arm sollte eigentlich ein bisschen mehr drinnen sein. Aber jetzt geht es tatsächlich um die Schulterposition. Die rechte Schulter ist tiefer als die linke und es fällt einem mit dem Eisen um einiges schwerer als dann mit dem Holz. Wobei es mit dem Holz ja dann eine viel krassere Auswirkung haben kann. Also wenn ich jetzt hier mein Dreierholz habe, das liegt ja so eine halbe bis Ballumdrehung noch Innenseite linker Fuß. Da sollt ihr ja optimalerweise mit dem Kopf und mit dem Brustbein in der Mitte stehen und dann greift ihr von unten. So, das heißt, jetzt kommt ihr schon ein bisschen mehr in diese Bergaufposition, von der ich immer spreche mit dem Driver und das müsst ihr tatsächlich akzeptieren. Was passiert, wenn jetzt mit dem Holz die Schulter gleich ist? Dann passiert das, von dem ihr auch schon ein Video von mir mal bekommen habt, das Brustbein stellt sich auf steil links. Ihr seid quasi schon vorm Ball, wenn die Schulter auf gleiche Höhe kommt. Also das müsst ihr einfach zulassen, dass die rechte Schulter so weit runter geht, wie auch die Hand weiter unten ist. Mit dem Driver fällt es einem dann wieder ein bisschen leichter, weil da wollt ihr ja quasi hinter dem Ball stehen und dürft euch auch so ein bisschen auf rechts und dann geht auch die rechte Schulter automatisch weiter nach unten. Wenn ihr euch mal in den Hang stellt, dann geht die rechte Schulter, da geht das Gewicht alles mehr nach rechts oder nach hinten. Da ist es dann nicht mehr so schwer bzw. da macht man das eher automatisch. Also achtet da mal drauf, jetzt als kleinen Quick-Tipp, wie ihr im Ansprechen tatsächlich mit der Schulterstellung steht. Ich bin jetzt auf gar keinen Fall ein Fan, dass man dann so steht. Ja, aber ihr müsst es einfach zulassen, dass die rechte Schulter ein Ticken weiter unten ist, weil dann habt ihr auch viel mehr Chance, den Schläger neutral an den Ball hinzubekommen. Was passiert, wenn die Schulter oben ist, dann seid ihr immer ein bisschen mehr auf dieser Druckposition, eher von der Außenseite. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dem Quick-Tipp mal ein bisschen wieder die Augen öffnen. Sagt mir mal Bescheid, wie ihr das so macht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass ihr immer wieder tendiert, auf gleicher Höhe zu stehen oder eventuell sogar zu viel davon zu machen. Schreibt mir auf Instagram und auf YouTube und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß damit und viel Erfolg. Bis dann. Ciao.